Er hat so'n Symbol Hey! Gestalt-Energie! Gestalt-Energie! Da oben ist ein Hurensohn, den töd ich jetzt! Waffnemeister geklärt! Was glaubst du schon wieder, Chris? Nein, der Felix grad eben da oben ist ein Hurensohn, den töd ich jetzt! Wo er hochgeflogen ist! Ja, das provoziert! Ich mach hier mal dieses komische Event, ne? Und sammle hier irgendwelche komischen Dinger ein. Schoko, das war jetzt gemein, den wollt ich mir grad schnappen. Pech gehabt, ich war schneller! Oh, hier ist noch so'n scheiß Spinnenkönig! Oh! Ah, schon tot! Lol! Oha! Hier sind viele! Watch out! We've got Scorpions headed this way! Da sind Korpedrone unterwegs hier! Uh! Kaka-Drone! Mh! Das mann ist hier an! Oh! Oh! Oh, die waren einfach die Mission! Kiste! Oh! Tschüss, tschüss, tschüss!